Natürlich kann man sich in der Uwe-Jonsson-Bibliothek Bücher ausleihen. Romane, Erzählungen, Literatur für Kinder und Jugendliche, Sach- und Fachbücher. Oder Zeitschriften, DVDs und Musik-CDs. Dafür stehen dem Nutzer ca. 40.000 Medien zur Verfügung. Jedes Jahr stellt die Stadt für Neuanschaffungen 30.000 Euro in den Haushalt ein. Aufgestockt durch Fördergelder des Landes und eingeworbene Drittmittel gelingt es, eine Erneuerungsquote von 10% zu erreichen. Für die Auswahl der Neuanschaffungen nutzt die Bibliothek einen Lektoratservice, beachtet aber auch Hinweise und Empfehlungen der Nutzer. Dieses Bild der klassischen Ausleihebibliothek hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Ja, selbstverständlich. Mit dem Medienwandel ist sozusagen auch ein Wandel der Bibliothek gekommen. Wir haben den Auftrag einer Grundversorgung mit Medien. Und damit sind dann natürlich auch über die Bücher hinaus sehr, sehr viele andere Medien gemeint. Und dann gibt es natürlich auch physische mit, wie Filme, Spiele, mittlerweile auch Konsolenspiele oder eben auch dann die digitalen, die virtuellen, wie E-Books und E-Audio. Seit September vergangenen Jahres bietet die Uwe-Jonsson-Bibliothek über einen Verbund von 31 Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern die Onleihe an. Ohne das Haus aufsuchen zu müssen, kann der Nutzer beispielsweise aus einem Angebot von über 8.800 billetristischen E-Book-Titeln oder knapp 50 E-Papers, darunter Spiegel, Fokus oder die Zeit, wählen. Voraussetzung für die Nutzung der Onleihe ist neben einer Bibliotheksmitgliedschaft und einer korrekten Anmeldung ein mobiles Endgerät wie Tablet, Smartphone oder E-Book-Reader. Von Anfang an nutzt der Güstrower Arzt Georg Neumann dieses neue Angebot. Und er entdeckte dabei schon manche Spezialität. Ja, ich empfehle meinen Patienten auch Meditation, sodass ich das dann auch beruflich nutzen kann. Ich betreibe die Meditation auch selbst. Und da war ich dabei, ein Buch zu suchen und habe gar nicht an die Onleihe gedacht. War dann auf einer bekannten Webseite und habe das Buch eingegeben. Das gefiel mir erstmal, habe ich gedacht, Mensch, das würde ich doch mal gerne mir mal anschauen. Geht nicht. Und dann fiel mir die Onleihe an und da gab es das auch und war auch noch nicht reserviert. Das konnte ich mir dann sofort runterladen. Und dann habe ich das Buch dann gleich lesen können und nutze es jetzt für drei Wochen. Vielleicht werde ich es mir dann im Anschluss noch kaufen, weil ich es dann doch gerne im Bücherschrank zu Hause habe. Aber das ist eine ganz tolle Sache. Nicht nur, aber auch wegen der Onleihe ist die Zahl der Entleihungen im vergangenen Jahr von ehemals 86.000 auf knapp 100.000 angestiegen. Auch die Qualitätskriterien für die Landesförderung wurden erreicht. Auf dem nächsten Verbundtreffen der an der Onleihe beteiligten Bibliotheken werden die Güstrower ihre Erfahrungen mit dem Angebot vorstellen. Zufrieden sind aber auch Nutzer wie Georg Neumann. Also meine Erfahrungen sind überwiegend positiv, das heißt durchaus positiv. Vor allem fasziniert mich daran, dass ich mein E-Book oder mein Hörbuch immer dabei habe. Ob es zu Hause auf dem Sofa ist, ob es auf der Arbeit ist oder auf dem Weg zur Arbeit ist. Ich stöpsel mein Handy an und höre dabei dann Hörbücher gerne und genieße das im vollen Umfang. Die Installation eines WLAN-Netzes in der Bibliothek belegt, dass die Einrichtung mit der Zeit geht. Dabei werden traditionelle und in den Jahren liebgewonnene Dienstleistungen nicht vernachlässigt. So konnte ein Kreis von sieben Lesepaten aufgebaut werden, der zwischen Oktober und April an jedem ersten Samstag Geschichten für Kinder vortrug. Einen breiten Raum nimmt die Bibliothekspädagogik ein. Wir haben ja neben der Grundversorgung auch den Auftrag, die Leseförderung und Medienkompetenz zu fördern. Das bieten wir an, sowohl für Grundschulklassen als auch für die Mittelstufe oder eben auch in der Oberstufe und für Erwachseneangebote. Dass, wie ich sozusagen im Internet richtig recherchiere, wie ich dazu komme, dass ich die richtigen Medien finde, sowohl ob sie jetzt virtuell sind oder physisch sind, um diese dann auch zu besorgen, sei es nun direkt hier in der Bibliothek aus dem Bestand oder aus den großen Bibliotheken per Fernleihe, an die wir auch angeschlossen sind. In diesen Aufgabenbereich passt auch der alljährlich zu organisierende Regionalausscheid zum bundesweiten Vorlesewettbewerb, der gerade wieder über die Bühne gegangen ist. Gut nachgefragt und gegenwärtig neu geordnet wird der Sonderbestand, in dem neben plattdeutscher Literatur auch Literatur von oder über Uwe Jonsson, Ernst Barlach oder Jon Brinkmann zu finden ist. Die historische Bibliothek im Obergeschoss gehört als Präsenzbibliothek dem Museum der Barlachstadt. Sie umfasst ca. 3500 Bände mit insgesamt rund 17.000 Titeln. Darunter auch die Güstrovia, eine Sammlung von Büchern, die Ende des 16. Jahrhunderts von Schülern der hiesigen Domschule abgeschrieben wurden. Schließlich zeichnet sich die Bibliothek durch eine rege Veranstaltungstätigkeit aus. Ein nächster Termin? Am 22. April spricht Elmar Faber über seine Zeit beim in der DDR hoch angesehenen Aufbauverlag.